Musik So Leute, heute sind wir mal bei Sebastian Jung zu Besuch. Sebastian unterrichtet in der Modern Martial Arts Group und ist bekannt für seinen Jeet Kondo Style und seinen Brasilien Jiu Jitsu Style. Wir sind gespannt, was er heute zu bieten hat, die Halle lässt sich auf jeden Fall schon mal gut sehen. So, hallo, heute sind wir bei Modern Martial Arts Group bei meinem sehr guten Freund Sebastian. Ja und heute bin ich mal ihm zu Besuch und ich bin gespannt, was er zeigt. Ja, hallo, freut mich, dass ihr da seid, ich freue mich auch immer, dass Steve da ist, das heißt Steve nochmal in diesem Sinne, schön ihn zu sehen, ja wir haben viel Erfahrung. Was ich euch heute zeigen werde, ist ein kleiner Takedown, ja mehr oder weniger ein Opferbuch, das ist bekannt und von da aus werden wir dann in den Kimura gehen. Ja, ist klar. Los geht's. Aber nicht bei mir, oder? Hast du einen anderen dafür? Wie? Los geht's. Okay. Was ich euch heute zeigen möchte, ist ein Kimura aus dem North-South Half-Side Control. Das heißt, ich habe den Arm hier mit dem Underhook gepinkt und der anderen Seite mit dem Overhook und ich klemme den Arm eng an mich ran, an die Brust. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme meinen linken Arm, drücke Beniskopf zur Seite und mache einen Schritt mit meinem Knie über seinen Kopf. Ich lasse ihn hier nicht los, drehe ihn auf die Seite und habe ihn fest. Ganz wichtig bei der Sache ist, mein Knie ist auf seinem Arm drauf, dass ich die ganze Zeit Kontrolle über ihn habe. Ich wechsle, gehe mit meinem linken Arm unter meine rechte Hand, klemme den Arm ein und gehe mit meiner rechten Hand aufs Handgelenk, drücke es runter und greife meinen eigenen Arm. Jetzt bringe ich den Arm hoch und zur Seite und da kommt der Tipp. Genau und dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal schnell, damit ihr das ein bisschen Action seht. In diesem Sinne, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.